Gut, im zweiten Teil der Challenge im Part 2 bleibt das Problem ähnlich, nur geht es jetzt darum, das Ganze auf drei Werte zu erweitern, das heißt ein Triplet an Integer-Werten unserer Liste soll in Summe 2020 ergeben. Wir können hier mit unserem Hash-Map oder Hash-Set-Ansatz weiterarbeiten, das funktioniert schon ganz gut und das können wir relativ leicht ausbauen. Was wir jetzt machen müssen ist, dass wir eine zusätzliche Bohrschleife benötigen und die Idee dahinter bleibt aber die gleiche. Ich lade euch wieder ein, so wie vorher das im Nachsatz zu diesem Video selbstständig zu lösen und zu überlegen wie das funktioniert. Grundsätzlich genau gleich nur mit dem Unterschied, dass wir jetzt eben ein Triplet, also eine Liste von drei Werten benötigen um die Summe 2020 zu bilden. Wir bleiben unserem Test-Driven-Development treu und bevor wir auch noch eine Zeile von production-Code schreiben, schreiben wir eine Methode, die nennt sich Sum, also eine Test-Methode Sum of Three Exists Test. Und wir benötigen wieder eine Assertion. Und da würde ich jetzt sagen, wir nennen Sum of Three to Target. Wir nennen uns eine neue Methode ähnlich mit dem Dreier drinnen. Auch hier übergeben wir wieder ein Integer-Array. Ich nehme hier ein paar Test-Zahlen. Und zusätzlich übergeben wir die Zielsumme 8 und vergleichen das in der Assertion mit dem erwarteten Wert. Und der erwartete Wert ist wieder eine Liste, diesmal mit drei Zahlen. Und wenn wir uns überlegen, die Summe 8 kann gebildet werden aus den Zahlen 1, 2 und 4. Das heißt, das müsste unser Output sein. Momentan wird der Test fehlschlagen, weil die Methode noch nicht existiert. Die lassen wir uns von IntelliJ wieder vorab erzeugen. Oder wir können die manuell schreiben und nennen das wieder Array. Und das i nennen wir wieder h, genauso wie bei unserer Methode vorher. Und auch diesmal werden wir das so machen, um die Schreibarbeit zu sparen, werden wir erstmal den bestehenden Code aus der alten Methode probieren und das dementsprechend erweitern. Was wir brauchen, ist eine zusätzliche Schleife in der äußeren For-Loop. Wir werden das anders machen. Es gibt grundsätzlich die gleiche Möglichkeit in Array.indexes wie vorher. Diesmal möchte ich euch eine andere Methode zeigen. For-Loop.indexe-Until-Resize Entspricht dem Prinzip im Wesentlichen genau dem wie in der äußeren Schleife. Dann brauchen wir in der inneren Schleife unsere Abfrage, unser if. Das heißt, das werden wir hier einsetzen. Der Unterschied ist jetzt, dass wir nicht nur auf diese Subtraktion achten, sondern eine Subtraktion von beider Werte brauchen. Das heißt, des Wertes der äußeren und des Wertes der inneren Schleife. Und wenn dieser Wert vorhanden ist, dann haben wir unsere Lösung. Zusätzlich prüfen wir noch, bevor wir die Zusatzprüfung machen, geben wir den Return-Wert an. Wir werden das jetzt in einer schönen neuen Einrückung machen. Diesmal geben wir eben nicht nur zwei Zahlen zurück, sondern insgesamt drei Zahlen. Und da finden wir uns jetzt noch das Array-Element-J. Und es ist wieder sortiert und wir geben es als Liste zurück. Was wir jetzt noch machen sollten, ist... Oh, hier habe ich vergessen. Natürlich muss hier stehen. Minus Array. Ja. Was wir jetzt zusätzlich noch prüfen sollten, wäre, dass unser Triblet, das wir gefunden haben, wirklich auf drei verschiedenen Zahlen besteht. Dazu sagen wir Array-List-Of und ein paar Werte, die wir gefunden haben. Das wandeln wir in ein Set um. Das heißt, wir entfernen Publikate und so können wir prüfen, ob wir wirklich drei Elemente in unserem Resultat-Set haben, in unserer Resultat-Liste. Gut. Noch ein kurzer Blick auf den Code. Sollte soweit alles vollständig sein. Dann können wir den Test lauten lassen. Und er läuft erfolgreich durch. Eine Sache, die ich noch vergessen habe. Es ist jetzt eher zuvoll, dass der Test durchgelassen wird. Bei vielen Werten könnte es passieren, dass der Test durchschlägt, weil wir hier natürlich auch die Werte der inneren Schleife zum Kandidaten-Hash-Set hinzubringen müssen. Wie gesagt, der Algorithmus dazu ist vielleicht bei Einsteiger ein bisschen kompliziert. Ich lade euch ein, das einfach nachzulesen, nachzuvollziehen, vielleicht auf einem Blatt Papier aufschreiben. Dann erklärt sich das meistens selbst. Ein Schlüsselwort, nach dem wir suchen müssen, ist einfach HashSet oder HashMare. Ich werde jetzt den Test noch ein bisschen erweitern, um auch den Fall abzudecken, dass wir keine Ergebnisse bekommen. Sums free to target. Wir verwenden das gleiche Integary. Übergeben hier allerdings den Wert 9. Der Wert 9 sollte nicht möglich sein zu bilden. Und dementsprechend muss unser Ergebnis in der Leerregister sein. Lassen wir den Test laufen. Und er ist grün und wir sind nur einen kurzen Schritt davon entfernt, die Lösung der ersten Tageschallenge zu haben. Wir erweitern jetzt noch unsere Min-Methode um den Production-Code und haben es dann auch den zweiten Teil gelöst. Dazu werden wir die Methode hier wieder ausschneiden. Wir fügen das in unsere Min-Klasse und müssen das dann natürlich in der Test-Klasse noch importieren. Dann sagen wir um Sound-Riblet. Das gleich Sound-Sums free to target. Wir übergeben hier unsere Numberlist mit der gewünschten Zielsumme 2020 und geben hier unser Ergebnis, die Multiplikation aller Elemente unseres Results triplet. Daten, die Min-Methode. Okay, da haben wir noch einen kleinen Fehler. weil der Datentyp hier noch nicht stimmt, weil wir ein Integer-Array in der Methode verwendet haben. Und wir erhalten als Ergebnis wieder einen Wert. Wir vergleichen das noch schnell mit dem, was ich vorab schon angegeben und gelöst habe und tatsächlich stimmt. Somit wär's das für die erste Coding-Challenge für den ersten Tag von Advent of Code. Wie gesagt, die Videos von mir sind noch sehr spärlich und neu. Bitte gerne Kommentare und Feedback da lassen. Vielleicht auch Kommentare dazu, wie ihr das gelöst habt. Ob es noch Fragen gibt, speziell zur Methode, zum Algorithmus mit der Hash-Map. Könnte ich mir vorstellen, dass es noch Unklarheiten gibt. Ansonsten, ich bin sehr dankbar für Feedback. Ich freue mich für einen Daumen nach oben. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn jemand den Kanal abonniert. Und ich werde nach wie vor versuchen, alle meine Lösungen als Video abzunehmen. Zusätzliche Infos gibt es noch in der Videobeschreibung. Beispielsweise der Link zum GitHub-Repository mit allen meinen Lösungen, falls das im Video ein bisschen zu schnell war. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß damit und eine schöne Coding-Challenge.